Psalm 17, wir schauen uns Vers 15 an. Psalm 17, hier David says, as for me, this is his own decision, he says, as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Psalm 17, Vers 15, ich aber, also das ist Davids persönliche Entscheidung, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Glory be to God. Halleluja. Amen. Amen. So David says, as for me, I don't know about you, it's a personal issue, it's a personal decision. I have taken my decision, as for me, I will behold his face in righteousness. Und David betonte seine persönliche Entscheidung, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ich aber werde sein Angesicht in Gerechtigkeit anschauen. Amen. Amen. The first of God is so important. Gottes Angesicht ist sehr wichtig. Wenn wir Gott sehen, wir werden verwandelt zu dessen Ebenbild, den wir anschauen. Doch es ist wichtig zu begreifen, dass Jesus Christus Gottes Angesicht ist. Kolosser Brief 1,15 gibt uns den Hinweis, dass Jesus Christus, nämlich das Ebenbild, das Bildnis von dem unsichtbaren Gott ist. Jesus Christus ist Gott in menschlicher Gestalt. Wenn wir Gott sehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir Jesus sehen. Und David sagte, as for me, ich aber, ich werde sein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Was ist Gottes Angesicht? Also um das ein bisschen auseinander zu tüfteln, Gottes Angesicht ist Gottes Herrlichkeit. Gottes Angesicht ist seine Herrlichkeit. Also wenn wir auf die Herrlichkeit Gottes anschauen, wir werden zur selben Herrlichkeit verwandelt. Und das geschieht durch den Geist Gottes. Im Alten Testament gab es ein Geschehen, also nachdem Moses wirklich mit dem Volk Israel argumentativ gerungen hat. Also er kam zu dem Punkt, wo er keine Lust hat. Ja, also halsstarrige Menschen. Stubber. Ja, stur ohne Ende. Whatever Moses said them to do, they do the contrary. Moses sagt, holt mal Brot, was tun sie? Sie holen Stein. Amen. 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 Also Moses war wirklich fertig. Also ich sag euch mal, Dienst kann wirklich fertig machen sein. It's what you think you see. You think others see like you see. Come on. Also ich sag sie meinen Worten, lass den Anzug dir nicht täuschen. Amen. Amen. And it's so frustrating. Und manchmal kann es sehr frustrierend sein. Because you're trying your best for them to see what you see. But they decide to see the contrary. Doch du entscheidest dich, wirklich du tust alles. Du gibst dein Bestes, damit sie genau das sehen, was der Herr dir zeigt. Was tun sie? Sie entscheiden sich, das Gegenteilige zu machen. Moses stand before the Father and said, look, you have to show me something that will help me to be satisfied in myself, no matter what the people do. Und dementsprechend nach dieser ganzen Frustrierung, nach diesem ganzen wirklich Erschöpfungszustand, da bat Mose Gott, wirklich ihm etwas zu geben, womit er in sich gesättigt ist, egal was die Menschen tun. Also 2. Buch Mose 33, ab Vers 18 bis 23. Da bat Mose Gott, nämlich, zeige mir deine Herrlichkeit. Und da antwortete der Herr, ich bewirke, dass meine Güte an dir vorbeigeht. Nämlich, keiner kann mein Angesicht anschauen und lebe dabei. Amen? Amen. Keiner kann mein Gesicht anschauen und lebt. Viele Menschen wollen Gott gar nicht sehen. Denn du kannst nicht Gott sehen und lebe dann noch dabei. Gott ist ein Gott, der tötet. Denn seine Gegenwart ist ein verzehrendes Feuer. Also wenn du als Mensch hinkommst, in deiner Schwäche, in deiner Unzulänglichkeit, in deiner Unfähigkeit, in deiner Sündhaftigkeit, wenn du einen heiligen Gott siehst, und du siehst jemanden, der wirklich das verzehrt, was nicht Gott ist, in seiner Gegenwart. Deshalb, wenn du aus seiner Gegenwart herauskommst, wenn du Gott siehst, wie er ist, you are robbed with his presence, you are robbed with what you see. Also, wenn du Gott siehst, so wie er ist, was tust du? Seine Gegenwart färbt an dich ab. So he said, Moses, you can't see me and you leave as Moses. Und seine Aussage lautet, Mose, du kannst mich nicht so sehen und du bleibst immer noch Mose. Denn wenn du mich siehst, Moses dies. Dann stirbt Mose. Your weaknesses dies. Deine Schwester sterben. Your inherent generational curses dies. Also, die ganzen, sagen Sie, geschlechtliche Verfluchung sterben ab. Your diseases dies. Ja, die Krankheiten und Gebrechen sterben ab. Even though you come out of his presence with your body still reflecting what you brought into his presence, that does not mean there hasn't been a change. Because God walks from the inside. When you see the face of God in the person of Jesus Christ, there's been a change. Amen. You change already. You are not the same person. Because what you behold is who you are. So as you come out, even though your body is trying to deny the evidence of what you have seen, you begin to fight the fight of faith, which is to deny the evidence of your five senses, to lay hold of what your inner eyes have behold, in which you are convinced and persuaded, in which you know, with time it will come to pass. Amen. Amen. Dementsprechend gibt es keinen Weg, also keine Art und Weise, wirklich in Gottes Gegenwart hineinzukommen und man kommt heraus, und zwar derselbe Mensch. Auch wenn die Anzeichen, auch wenn die Symptome, auch wenn alles, was äußerlich zeigt, als wäre man, als hätte man gar keine Begegnung mit Gott. Denn lass dich nicht von diesen Anzeichen täuschen. Denn warum? Gott wirkt von dem Innen heraus. Das bedeutet, wenn du Gott begegnest, und zwar im Angesicht Christi, was würde passieren? Er verändert dich von dem Inneren. Und wenn du bei dieser Betrachtung bleibst, was würde passieren? All die Anzeichen, die dir immer das Signal geben, na, das stimmt doch nicht, du hast Gott noch nicht gesehen und dir ist nichts passiert. Du bist immer noch der alte Mensch. All diese Dinge, solange deine Betrachtung auf Gott bleibt, die fallen Stück für Stück ab. Amen. Amen. Now, listen. God could not show his face to Moses. God konnte Moses seine Angesicht nicht zeigen. The time was not yet there. Denn warum? Die Zeit war noch nicht gegeben. The Bible says that he showed him his back. Die Bibel sagt, er zeigte Moses seinen Rücken. Now, when somebody shows you his back, when jemand dir den Rücken zeigt, it's a sign of rejection. Es ist wirklich ein Zeichen der Ablehnung. Amen. Amen. Wenn jemand seinen Rücken zu dir kehrt, he's living away from you. Ja, diese Person geht normalerweise von dir weg. Amen. Amen. So the glory that Moses saw, und dementsprechend die Herrlichkeit, die Moses sah, das war nicht dauerhaft, das war zeitlich. Das war eine Herrlichkeit, die vorübergehend war. das war eine Botschaft, das war eine Botschaft, nämlich Mose, in dir selbst habe ich verdammt. Das war der Dienst des Todes. Das war der Dienst des Verdammnisses. 2. Korinther 3, Vers 5, gibt uns diesen Hinweis. Moses and Paul beginnt to explain to us, what transpired. Nämlich Paulus, also mit der Einsicht des Heiligen Geistes, konnte er uns erklären, was zu diesem Zeitpunkt, nämlich im 2. Buch Mose 33, geschehen war. What the children of Israel saw, was glorious. Denn das, was die Kinder Israel sahen, das war herrlich. But it was a glory, that was living. Doch das war eine zeitliche Herrlichkeit, eine vorübergehende Herrlichkeit. Amen. Amen. It was not abiding. Das war nicht fortwährend. So God has two sides. Also es gibt zwei Seiten zu Gott. His back side and his front side. Seine Rückseite und seine Vorderseite. Amen. Amen. So, when the Old Testament people desire to have intimacy, fellowship with God, communion, God has to show his back side. Und dementsprechend, wenn Menschen aus dem alten Bund wirklich Gemeinschaft mit Gott haben wollten, was musste Gott tun? Gott musste sich nur umdrehen. Amen. But David said, as for me, was mich angeht, I will behold his face, his glory. Ich werde sein Angesicht, seine Herrlichkeit betrachten. In righteousness. Nämlich in Gerechtigkeit. I will not see God as the one who condemned me. Also ich werde Gott nicht betrachten als jemand, der mich verdammt. I will not see God as the one who abandoned me. Also ich werde Gott nicht betrachten als jemand, der mich vernachlässigt. I will not see God through Moses. Ich werde Gott nicht durch Moses sehen. I will not see God through the ministration of death and condemnation. Nicht durch den Dienst des Verdammnisses noch den Dienst des Todes schauen. I will see God in his mercy, in his mercy, in his grace, in his grace, in his acceptance, in his acceptance. I will see God through Jesus Christus. Because the law came, the law was given through Moses, that Gesetz came through Moses, John 1, 17, in Johannes Evangelium 1, 17, but grace and truth came through Jesus Christ. Doch Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. No man has seen God at any time. Also zu keiner Zeit hat je ein Mensch Gott mit bloßen Augen gesehen. John 1, 18, das ist Vers 18 von Johannes 1. Doch der Sohn Gottes, der im Schoße des Vaters war, hat uns ihn gezeigt. Und da der Dienst Jesu, also seit dem Dienst Jesu gab es keinen anderen Dienst. Dementsprechend wird Gott nicht auf einer anderen Art und Weise sichtbar, er sei denn durch seinen Sohn Jesus Christus. Also ich weiß nicht, wie du Gott siehst. Das ist jetzt die Frage. Das entscheidet, wer du bist oder sein wirst. wenn du ihn als ein zorniger Gott als ein zorniger Gott als der Mann der sitzt auf seinem Throne und ist bereit zu punishen, wie du sagst mal in meinen Worten ein alter Mann mit richtig langen Bart und der bereit ist immer zu strafen, dann wirst du genau diesen Blickwinkel, den du hast. Genau das wirst du. Doch David sagte, ich schaue sein Angesicht in Gerechtigkeit. Halleluja. Amen. Folg Gottes. We are today in the ministry of righteousness. Heute leben wir im Dienst der Gerechtigkeit. In the ministry of the Spirit. Im Dienst des Geistes leben wir. God is not showing his back to us. Also Gott zeigt uns nicht mehr seinen Hintern. We are face to face. Communion. Gott zeigt uns sein Angesicht. Glory be to the Father. Ehre sei dem Vater. We are so privileged to see God as he is. Nämlich Gott zu sehen, wie er ist. Amen. Amen. Untertitelung. BR 2018